Hallo, so schön, dass du da bist hier beim Podcast Happy, Holy & Confident. Dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und ich freue mich so sehr, dass du da bist, dass wir Zeit miteinander verbringen können und du mir deine Zeit schenkst, denn Zeit ist Leben und ich bin dir dankbar, dass wir ein bisschen Leben miteinander hier verbringen können und ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist an einem Punkt in deinem Leben, wo du weißt, dass du geliebt bist, dass du wichtig bist, dass du gesehen bist und wenn du das Gefühl hast, du bist gerade nicht an dem Punkt, dann möchte ich, dass du weißt, dass du dir allen Raum nehmen darfst, alle Zeit nehmen darfst, alle Hilfe holen darfst, um für dich wieder an diesen Punkt zu kommen und für dich zu spüren, dass es wichtig und richtig ist, dass du hier bist, auf dieser Erde, auf dieser Welt und genau dafür ist unter anderem dieser Podcast hier, weil meine Vision ist, dass ich so viele Menschen wie möglich wieder in Kontakt bringen möchte mit ihrer eigenen Seele, mit ihrem Herzen, mit ihrem eigenen spirituellen Weg und daran erinnern möchte, dass das Leben für uns da ist und dass unglaublich viel verändert werden kann, wenn wir beginnen, wieder freundlicher mit uns zu sein, wieder mehr an uns zu glauben und die Entscheidung treffen, unser Leben wieder in unsere eigene Hand zu nehmen. Also willkommen, so schön, dass du da bist und in dieser Folge heute geht es um deine Schöpferkraft und es geht darum, wie du in sechs Schritten wieder mehr zu dir selber finden kannst, wieder in Kontakt kommen kannst mit deiner Schöpferkraft, wieder in Kontakt kommen kannst mit dem, was du gerne leben möchtest und diese sechs Schritte sind tatsächlich vor ein paar Tagen in Anführungsstrichen zu mir gekommen, weil ich selber gerade, ich erzähle das gleich in der Podcast-Folge, sonst wird das Intro wieder viel zu lang. Also all das gibt es gleich in der Folge selbst. Und was ganz, ganz wichtig ist, noch vorweg zu wissen für diese Podcast-Folge ist, ich habe dir ein PDF erstellt, was du dir auf meinem Blog, auf meiner Webseite bei dieser Podcast-Folge runterladen kannst. Das kannst du einfach draufklicken, runterladen. Und zwar habe ich dir diese sechs Fragen, um die es hier in dieser Podcast-Folge geht, nochmal in einem PDF aufgeschrieben. Einfach, damit du sie hast, damit du damit arbeiten kannst. Und wenn du gerade am Laptop bist oder am Handy bist, kannst du dir das parallel auch runterladen. Dann hast du die Fragen da, druckst du dir aus, schreibst sie dir ab und dann kannst du damit arbeiten, weil es macht wirklich einen solchen Unterschied, die Dinge aufzuschreiben. Okay, also den Link zu dem PDF findest du hier auf jeden Fall in den Shownotes. Und dann habe ich noch eine ganz, ganz, ganz supergeile Neuigkeit. Und zwar, wie du weißt, beginnt im Oktober ja meine Coaching-Ausbildung. Du wirst dich jetzt ab Juni dafür anmelden können. Und ich habe im Hintergrund ganz still und heimlich an einer megageilen Überraschung gearbeitet. Die beginnt am 14.06., wo du anfangen kannst mit dieser Überraschung. Ich verrate noch nicht, was es ist, aber am 14.06. geht die Überraschung auf jeden Fall los. Und wenn du wissen möchtest, was diese Überraschung ist und davon profitieren möchtest, dass diese Überraschung da ist, also es ist wirklich sehr geil geworden, kannst du dich einfach auf die Warteliste eintragen. Für die Coaching-Ausbildung, die Warteliste ist komplett unverbindlich. Die ist einfach nur für dich, um alle Infos zu bekommen zur Ausbildung und wann du dich anmelden kannst etc. und sie ist quasi der Schlüssel, um zu wissen, was die Überraschung ist. Also mega geil, wenn du willst, melde dich dafür an. Es wird super cool, versprochen, es ist ein unfassbarer Mehrwert. Aber ich verrate noch nicht, was es ist, weil Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude. Und jetzt Freude der Sonne, auf geht's, ab in die Folge. Sechs Fragen, sechs Schritte, wie du dich wieder mit deiner Schöpferkraft verbinden kannst. Let's go! Okay, ihr Lieben, ich freue mich riesig, diese Folge jetzt gerade aufzunehmen. Und ich habe ja gerade im Intro schon angefangen. Ich wollte eigentlich im Intro erzählen, was ich jetzt hier erzähle, aber ich glaube, es ist hier viel besser, es zu erzählen, weil das Intro sonst zehn Minuten lang werden würde. Und zwar, wie ihr wisst, bin ich ja selber im Moment in einer sehr, sehr starken Phase der inneren Transformation und in einer Phase, wo es bei mir sehr, 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 sehr viel darum geht, zu lernen, mir auch wieder selbst zu vertrauen, zu lernen, an mich zu glauben, zu lernen, das Leben zu leben, das ich gerne leben möchte. Und ich darf unfassbar viel lernen im Moment, sehr, sehr viel wachsen, bin sehr dankbar dafür. Es ist aber auch sehr anstrengend. Aber es ist auch schön. Und auch wenn das Leben manchmal herausfordernd ist, ist es gleichzeitig einfach voller Wunder. Und nichtsdestotrotz gibt es gerade Momente in meinem Leben, wo ich merke, ey, ich stecke irgendwie noch in so Gedanken fest und in Gewohnheiten fest und in so Dingen in meinem Kopf fest. Ich will die nicht mehr. Und es gibt Ergebnisse in meinem Leben, die will ich einfach nicht mehr in meinem Leben haben. Da bin ich jetzt done mit. Es gibt jetzt ein Upgrade in meinem Leben. Es gibt ein Upgrade in mir. Und ich saß vor ein paar Tagen bei mir auf der Terrasse im Garten und habe gejournalt hier mit meinem wunderschönen Happy, Holy & Confident Journal, wo ich selber ja auch immer mit arbeite. Und saß im Garten, habe gejournalt und habe mir ganz viele Dinge aufgeschrieben und habe mich gefragt, okay, Laura, wie kommst du da jetzt raus? Was willst du denn? Dann habe ich mich gefragt, was willst du denn stattdessen? Und immer wenn ich in diesen inneren Dialog auch mit mir selber gehe, öffne ich mich dafür, dass Lösungen kommen können, dass Ideen kommen können, wie ich mir selber in dem Moment helfen kann. Und dann kamen sechs Fragen, die ich aufgeschrieben habe und die ich beantwortet habe und die mir wahnsinnig geholfen haben. Die habe ich mir hier in meinem Journal aufgeschrieben und die möchte ich gerne mit dir teilen, weil während ich das schrieb, gehe ich natürlich direkt immer in Podcast-Laura rein und Podcast-Laura sagt, Laura, Laura, das musst du dir merken, das muss in dem Podcast. Und ich hatte vor ein paar Tagen auch in meiner Instagram-Story ein Q&A gemacht, wo ihr mich einfach alles fragen könntet. Und eine Frage war, Laura, wie kommst du eigentlich immer auf deine Podcast-Themen? Ich komme auf meine Podcast-Themen, in denen ich lebe, in denen in meinem Leben verdammt viel passiert und manchmal auch Dinge passieren, die ich nicht geil finde und ich dann lernen darf, damit umzugehen. Und ich mir meistens denke, wenn mir das geholfen hat, dann hilft es wahrscheinlich auch dir. Und so entstehen 99,9 Prozent all meiner Podcast-Folgen durch den Shit in meinem eigenen Leben, wo ich dann lernen darf, irgendwie eine Lösung viel zu finden. Und dann geht das in die Laura-Podcast-Transformation-Machine und dann kommt im Idealfall der Biolien-Confident hinten raus. Ja, so entstehen die Podcast-Folgen. Naja, also zurück zum Thema. Ich saß also im Garten, habe diese Fragen aufgeschrieben, habe sie für mich selber beantwortet und hatte danach das Gefühl, geil, ich habe jetzt hier irgendwie was, womit ich weiterarbeiten kann. Und habe mir dann eben auch überlegt, ich möchte dir das in so einem PDF packen, damit du dir das runterladen kannst, damit du die Fragen auch da hast. Und wie gesagt, den Link zu dem Download von dem PDF hast du hier auch in den Shownotes. Musst du nichts machen, kannst du wirklich einfach runterladen, ist einfach für dich. Zum Mitnehmen, Einpacken, Aufschreiben, weil ich wirklich auch bei mir immer merke, ich bin wahnsinnig gut da drin, mich in meinem Kopf wie ein riesengroßer Kreisel zu drehen. Und zwar 50.000 Runden, wenn ich will, und bin danach nicht wirklich klüger als vorher. Das Einzige, was mir hilft in meinem Kopf, ist, dass ich die Dinge aufschreibe. Dass ich mein Journal nehme, dass ich meinen Stift nehme und dass ich schreibe, was das Zeug hält. Weil wenn es aufgeschrieben ist, wenn es strukturiert wird, wenn ich es da lese, dann verändert das einfach was. Und jetzt fragst du dich wahrscheinlich, Laura, hör auf, so viel zu quatschen. Was sind die sechs Fragen? Ist ja gut, ich fange ja schon an. Ich fange ja schon an. Also, es gibt einen kleinen Disclaimer für diese sechs Fragen. Und dieser Disclaimer bezieht sich vor allen Dingen auf die Frage Nummer zwei, die ich dir auch gleich verraten werde. Was ich mache in meiner Arbeit und mit mir selbst und als Coach und als Freundin und als Mama und als die Menschen, die mit mir in Kontakt sind. Und ich habe an mich den Anspruch, ein außerordentlich selbstverantwortliches Leben zu führen, bedeutet, egal welcher Shit im Außen passiert, egal was los ist, Ich werde gucken, wie kann ich damit umgehen? Was kann ich jetzt tun, um das zu verändern? Und es gibt ein Mantra, nach dem ich lebe. Dazu gibt es auch Podcast-Folgen hier, ich glaube, in der ersten Staffel habe ich das das erste Mal erzählt. Und zwar ist das Motto, das Mantra, nach dem ich lebe, love it, leave it or change it. Lieb's, verändere es oder verlasse es. Das sind die drei Möglichkeiten, die ich mir gebe. Entweder bin ich fein damit, was ist, oder ich muss es verändern, oder ich muss sehen, dass ich diese Situation verlasse. Das sind die drei Möglichkeiten, die ich habe. Und das ist, wonach ich lebe. Und das bedeutet nicht, dass das Leben ein Ponyhof ist und dass uns nur das passiert, was wir uns wünschen. Nein, das Leben ist manchmal krass herausfordernd. Und das Leben wird uns challengen und das Leben wird uns schwierige Erfahrungen geben. Aber nicht, weil das Leben gegen uns ist, sondern weil das Leben das Leben ist und weil wir Menschen sind und weil wir die Möglichkeit haben, zu wachsen und zum Glück immer wieder auch wählen können, wie wollen wir damit umgehen? Was wollen wir damit machen? Und das ist manchmal schwieriger, manchmal ist es leichter. Und es ist auch vollkommen okay, wenn Menschen wählen, es anders zu machen. Ich für mich habe gewählt, dass ich gerne ein selbstverantwortliches Leben leben möchte und dass ich es natürlich auch erstmal richtig blöd finde, wenn im Außen Dinge passieren, die nicht cool sind. Ich aber trotzdem ab einem gewissen Moment mich selber wieder in die Verantwortung bringe und sage, okay, ist shit. Aber du kannst jetzt dein Leben lang sauer sein, dass das shit ist. Oder du guckst es dir an und fragst dich, okay, was kann ich denn jetzt daran verändern? Weil ich es ja offensichtlich nicht lieb, ich will es offensichtlich nicht so, wie es ist. Okay, dann verändere es oder verlass die Situation. Mach komplett was Neues. Und das ist mein Wunsch, meine Intention für diese Podcast-Folge, warum ich das so gerne mit dir teilen möchte, ist, dass ich ja selber bei mir merke, dass es Momente gibt, wo wir denken, wir haben keine Power. Wo wir denken, wir haben keine Macht. Wo wir denken, wir können nichts verändern. Und ja, es gibt bestimmte Momente, da können wir tatsächlich in dem Moment selbst nichts verändern. Und da braucht es vielleicht eine gewisse Zeit, bis wir etwas verändern können. Aber es wird der Moment geben, wo wir etwas verändern können. Und was wir immer verändern können, ist, wie wir selber darüber denken, ist, welche Macht wir dieser Erfahrung geben. Und ich hatte so ein lustiges Bild in meinem Kopf, was ich dir in dem Kontext gerne noch teilen möchte. Manchmal geben wir Menschen in unserem Kopf super viel Raum. Und manchmal lassen wir Menschen in unserem Kopf einziehen und die da wohnen for free und die labern uns zu in unserem Kopf und erzählen uns Sachen in unserem Kopf. Und wir denken einfach, ja, fühl dich wohl da oben, mach es dir bequem, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Und ich dachte, nee, hey, warte mal, warte mal, warte mal. Ich habe mir hier, warte mal, ich irgendwo, habe ich es mir hier auch, ich hatte mir irgendwo so eine Notiz dazu gemacht. Warte mal, meiner nächsten Seite. Ich habe mir aufgeschrieben, your head is not a hotel. Also dein Kopf ist kein Hotel, it's your home, es ist dein Zuhause. Kick out anyone who's not part of your home. So schmeiß jeden raus, der nicht Teil deines Zuhauses ist. Und das war irgendwie nochmal ein schöner Gedanke. Das war eine Notiz, die ich mir vor ein paar Tagen nochmal gemacht habe. Genau, also worum es einfach geht und das als Disclaimer, es geht nicht darum, irgendwie schuld zu sein an irgendwelchen Erfahrungen, die wir in unserem Leben haben. Von diesem Schuldkonzept habe ich mich vor langer, langer Zeit gelöst. Es geht wirklich darum, dem Leben die Hand zu reichen, zu sagen, hey, das ist das Leben. Und ich habe jetzt entweder die Möglichkeit, mich als Opfer zu fühlen von diesem Leben und das Gefühl zu haben, ich kann nichts verändern. Oder du hast die Möglichkeit, in den Möglichkeiten, die du hast, zu schauen, was kann ich daran verändern. Wie kann ich in mir trotzdem Frieden finden? Wie kann ich in mir trotzdem Vertrauen finden? Und ein so inspirierendes Interview, was ich dazu mal geführt habe, zwei super inspirierende Interviews, die mir dazu direkt einfallen, die du hier auch im Podcast findest, wenn du da gerne tiefer eintauchen möchtest. Das eine Interview ist mit Dr. Edith Eger, eine fantastische Frau, die in Auschwitz inhaftiert worden ist, zusammen mit ihrer Schwester, mit ihren Eltern. Hat ihre Eltern dort verloren, ist dann zum Glück 1945 gerettet worden, hat es überlebt, ist dann nach Amerika, hat dort erstmal selber in einer Knopffabrik gearbeitet, ist später Psychologin geworden, hat fantastische Bücher geschrieben. Und in ihrer Arbeit geht es eben auch sehr, sehr, sehr viel darum, wie wir daraus aussteigen können, das Gefühl zu haben, ein Opfer zu sein. Weil ja, sie war ein Opfer in dieser Situation, ohne Frage, wo sie in Auschwitz inhaftiert worden ist. Aber sie hat in dem Moment, wo sie Auschwitz verlassen hat, die Entscheidung getroffen, jetzt kein Opfer mehr zu sein und sich ihre Kraft wieder zurückzuholen. Und eben zu sehen, dass die Menschen, die das getan haben, selber eigentlich die größten Opfer sind, weil die in ihrer inneren Hölle leben. Also, und das ist wirklich ein Interview, was ich so, so, so empfehlen kann, weil es so inspirierend ist, ihre Geschichte zu hören. Und wirklich auch zu sehen, wie ein Mensch, der in den schlimmsten Verhältnissen, die schlimmsten Erfahrungen, also für mich gibt es nichts Schlimmeres, mir vorzustellen, als Auschwitz und alles, was damals dort passiert ist. Und ihre Geschichte dann zu hören und zu hören, wie sie das für sich transformiert hat, welches Leben sie erschaffen hat heute. Du kannst sie auch auf Instagram folgen, die ist, glaube ich, jetzt 97 oder 98 und es ist so toll, einfach zu hören, wie sie heute lebt, ihr Mindset. Sie ist eine unglaublich inspirierende Frau. Und die andere unfassbar inspirierende Frau in dem Kontext, an die ich mich dann auch immer wieder erinnere, ist Thirirei Trent, die in Zimbabwe groß geworden ist, die mit, ich glaube, elf verheiratet worden ist, mit 18, ich glaube, sechs Kinder hatte, nicht in die Schule gehen durfte und aber immer für sich selber die Vision hatte, dass sie studieren möchte. Und long story short, hör dir dieses Interview an, wo sie darüber spricht, wie sie sich das manifestiert hat, wie sie das visualisiert hat. Und ich spoiler ein bisschen, dass sie es tatsächlich geschafft hat, ihren Master in Amerika zu machen, mit ihren Kindern irgendwann dahin zu gehen, studiert hat, ihren Schulabschluss nachgeholt hat. Und wirklich diese Frau ist mein absolutes Superhero-Model, wo ich mir einfach immer wieder denke, okay, es ist möglich. Also hör dir super, super gerne diese zwei Folgen an von diesen Frauen, die aus wirklich den schlimmsten Situationen ihre Schöpferkraft wiedergefunden haben und die Welt verändert haben. Und Thirirei Trent zum Beispiel mittlerweile Schulen baut und ganz, ganz tolle Projekte auch in Zimbabwe hat, wo sie Frauen dabei unterstützt, in ihre Kraft zurückzufinden. Also ist übrigens auch ein ganz, ganz tolles Projekt, was man fantastisch unterstützen kann, wo ich auch immer gerne unterstütze. Und ja, Thirirei Trent, Hammer. Also hör dir die beiden Interviews an, tue ich dir auf jeden Fall auch in die Shownotes. So, das einmal als Disclaimer und schon mal vorab, um dich ein bisschen in den Mut zu bringen und in das Gefühl zu bringen von, ja, die Umstände sind manchmal wirklich shit und schwierig und wir alle gehen durch unsere Krisen und durch unsere Herausforderungen. Aber es gibt die Möglichkeit, es zu verändern, okay? Und genau darum geht diese Podcast-Folge. Und wenn das für dich sich nicht stimmig anfühlt, du musst diese Folge nicht hören, okay? Also es ist wirklich eine Einladung, wenn du das Gefühl hast, du willst was in deinem Leben verändern und du willst daraus, dann hör die Folge und wenn nicht, dann mach was anderes bitte, okay? Dann nutz deine Zeit für dich sinnvoller, weil ich will nicht, dass du auf mich sauer bist, weil ich irgendwas sage, was dir nicht gefällt. Und das nur, diese Energie brauche ich nicht mehr und möchte ich nicht mehr. Ich mache das für Menschen, die wirklich was verändern wollen. Ich mache das für Menschen, die in ihre Kraft zurückkommen wollen. Ich mache das für Menschen, die in ihr Herz kommen wollen, in die Liebe kommen wollen und die die Welt verändern wollen. Das ist dafür hier der Space. Und für alle andere nichts als Liebe zu dir, aber dann nutze deine Zeit gerne mit Dingen, die dir guttun, okay? Dieser Podcast ist kein Muss für niemanden. Es ist ein Angebot von mir von Herzen. Okay, let's go. Also, die erste Frage, die ich mir gestellt habe und die du dir auch stellen kannst, das ist sozusagen der Check-in, um zu gucken, hey, was ist denn eigentlich gerade los, ist, dich zu fragen, welche Ergebnisse in meinem Leben möchte ich nicht mehr? Welche Ergebnisse in meinem Leben möchte ich nicht mehr? Warum ist diese Frage so wichtig? Weil wir in unserem Leben bestimmte Ergebnisse erschaffen, bestimmte Dinge, die im Außen stattfinden, die passieren oder auch im Innen, ein bestimmtes Gefühl ist ja auch ein Ergebnis, die du nicht mehr haben möchtest, wo du einfach merkst, okay, das ist jetzt die Möglichkeit, das loszulassen. Ja, also, welche Ergebnisse in deinem Leben möchtest du nicht mehr? Wo sagst du, nein, das will ich nicht mehr, kein Bock mehr drauf? Vielleicht ist es bei dir der Bereich Finanzen, wo du sagst, ich will nicht mehr das Ergebnis, jeden Monat, am Ende des Monats Angst zu haben, nicht mehr genug Geld zu haben. Oder es ist in Beziehung, dass du sagst, ich will nicht das Ergebnis, dass mein Partner oder meine Partnerin und ich keine gute Kommunikationsbasis haben, dass da irgendwie kein Vertrauen da ist oder dass ich immer wieder an einen Typen oder eine Frau gerate, der oder die mich betrügt oder dass ich Single bin, obwohl ich nicht mehr Single sein möchte oder dass ich in einer Beziehung bin, obwohl ich Single sein möchte. Oder dass du sagst, Gesundheit, ich will nicht mehr dieses Ergebnis haben, dass ich mich schlapp fühle oder dass ich, keine Ahnung, sich mein Körper auf eine bestimmte Art und Weise anfühlt. Oder dass du sagst, ich will nicht mehr in der Wohnung oder in der Gegend leben, wo ich lebe. Welches Ergebnis willst du nicht mehr in deinem Leben? Wo sagst du, I'm done with that? Fertig, nein, aus. Setz dich hin, schreib dir das auf, welche Ergebnisse möchtest du nicht mehr in deinem Leben? Ich hab da auch jede Menge aufgeschrieben, das war sehr erfrischend, sehr gut zu sehen. Für sich selber einfach mal zu sagen, stopp, bis hierhin alles okay, ich hab da meinen Anteil dran, mit Sicherheit, aber jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich neu wählen kann. Jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich sag, nein. Okay, also Frage Nummer eins, welches Ergebnis willst du nicht mehr in deinem Leben? Und wenn du das PDF runtergeladen hast, mach super gerne kurz Pause an der Stelle und schreib es dir auf, ansonsten machst du es später. Die zweite Frage, die ist die Frage, wo ich gerade schon gesagt habe, dafür ist der Disclaimer da, dass es in meiner Arbeit um sehr viel Selbstverantwortung geht und nicht darum, dass du an irgendwas schuld bist oder dass irgendeine, nein, 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 nein. Es geht nur um Selbstverantwortung, es geht darum, love it, leave it or change it, es geht darum, dich selber daran zu erinnern, dein Leben hat etwas mit dir zu tun, sonst wäre es nicht in deinem Leben. It's as simple as it is und das können wir doof finden oder wir können es gut finden. Wenn wir es gut finden, wird das Leben halt ein bisschen leichter, weil wir es dann verändern können. Also, die zweite Frage ist, was hat dieses Ergebnis mit dir zu tun? Was hat dieses Ergebnis mit dir zu tun? Oder wenn es mehrere Dinge sind, die du aufgeschrieben hast, bei mir waren es mehrere Dinge, was haben diese Ergebnisse mit mir zu tun? Und dann denkst du erst mal so, ach, gar nichts. Ja, nee, wie gesagt, es hat was mit dir zu tun, sonst wäre es nicht in deinem Leben. Und das hat, wie gesagt, ich sag's nur nochmal, es hat nichts damit zu tun, dass ich an irgendwas schuld bin, was in meinem Leben ist. Es hat einfach was damit zu tun, dass bestimmte Glaubenssätze in mir, bestimmte Überzeugungen in mir, bestimmte Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe, zu diesem Punkt geführt haben, dass ich eine bestimmte Erfahrung gemacht habe. Es kann gut sein, dass der oder die andere Mensch, Menschin, die auch was mit dieser Erfahrung zu tun hat, komplett seinen Anteil oder ihren Anteil da auch mit drin hat. Das ist aber none of your business. Dein Business ist, wie kannst du für dich gucken, ein erfülltes, erfolgreiches, glückliches, friedliches, empowerndes, inspirierendes Leben zu führen? Und da wirst du nur hinkommen, wenn du selbstverantwortlich bist. Wenn du sagst, hey, mein Leben, ich nehme mir jetzt mal das Lenkrad in die Hand und ich nutze all meine Erfahrungen, die ich bis hierhin gemacht habe, um in meine Power zu kommen, um in meine Kraft zu kommen. Also diese Frage, was haben diese Ergebnisse mit dir zu tun, beziehungsweise ich habe mich gefragt, was haben sie mit mir zu tun, kann unfassbar erfrischend sein, weil es dir Klarheit darüber gibt, was du verändern kannst, weil es dir einen Hinweis darauf gibt, was nicht funktioniert, was du bisher machst. Also Beispiel Nummer eins, am Ende des Monats nicht genug Geld auf dem Konto zu haben. Dafür kann es eine Million Gründe geben, aber was hat es mit dir zu tun, dass es so ist? Welche Entscheidung hast du bis jetzt getroffen? Wo hältst du dich selber klein? Wo stehst du nicht für dich ein? Was sind die Gründe dafür? Wo kannst du da etwas verändern? Wenn du in einer Beziehung bist, wo du nicht happy bist, wo du nicht gut behandelt wirst, was hat das mit dir zu tun? Warum lässt du über deine Grenzen gehen? Warum glaubst du nicht liebenswert genug zu sein? Wenn du an einem Ort bist, wo du eigentlich nicht sein möchtest, warum bleibst du an einem Ort, wo du nicht sein möchtest? Was hat das mit dir zu tun? Wo nimmst du dir nicht den Raum, den Space, die Erlaubnis, an einen Ort zu gehen, wo du glücklich bist? Und all das ist wieder ganz, ganz wichtig. 0,0 hat das irgendwas damit zu tun, an irgendwas schuld zu sein. Es hat einfach nur was damit zu tun, auf einer Ebene hinzugucken und zu sagen, okay, ich muss ja sehen, was es mit mir zu tun hat, damit ich es verändern kann. Weil nur wenn du diese Zügel wieder zu dir nimmst, kannst du anfangen zu lenken. Ansonsten kannst du nicht lenken. Ansonsten wirst du immer ein Spielball des Lebens bleiben. Und ich weiß, diese Frage tut ein bisschen weh, aber es darf auch ein bisschen wehtun, damit wir in die Veränderung kommen. Und bei mir, was ich gemerkt habe, als ich Antworten für mich dann auch aufgeschrieben habe, bei mir ist es ein Riesenthema, dass ich wirklich extrem immer über meine Grenzen gehen lasse. Und dass ich sehr, sehr lange warte, bis ich mal sauer werde oder bis bei mir einfach mal auch der Moment ist, wo ich sage, nee, stopp. Und dass ich so oft Angst habe, jemanden zu verletzen oder dass ich so oft Angst habe, dann die Böse zu sein oder nicht richtig zu sein oder nicht mehr geliebt zu werden. Und dass ich deswegen so oft nicht auf mich höre, so oft über meine Grenzen gehen lasse, dumme Entscheidungen treffe, aus Angst heraus. Und da dann hinzugucken und zu sagen, okay, das hat was mit mir zu tun, da darf ich hingucken, das darf ich verändern. Und da für dich einfach nur wirklich auch ganz ehrlich für dich hingucken, was hat es mit dir zu tun? Was haben diese Ergebnisse mit dir zu tun? Welche Entscheidungen hast du in der Vergangenheit getroffen, die dazu geführt haben, dass das ein Ergebnis in deinem Leben ist? Liebevoll dahin zu gucken, selbstermächtigend dahin zu gucken. Im Sinne von, hey, ich gucke da jetzt hin, weil ich mich liebe. Ich gucke da hin, weil ich weiß, dass es in mir einen Teil gibt, der kraftvoll ist, der die Dinge verändern kann, weil ich an mich glaube. Deswegen gucke ich da hin und sich da liebevoll einfach mit auf den Weg zu nehmen. Also der zweite Schritt, zweite Frage ist, was hat das mit mir zu tun? Und alles, was es mit anderen zu tun hat, lass es bei den anderen. Du wirst es nicht verändern können. Wir vergeuden so viel Energie damit, das Verhalten anderer Menschen verändern oder kontrollieren zu wollen, um im Nachhinein festzustellen, das wird nicht funktionieren. Das Einzige, was funktioniert, ist in deiner Energie zu arbeiten, mit dir zu arbeiten, in deinem Energiefeld zu arbeiten und zu gucken, was kann ich bei mir verändern? Und das ist dann auch schon die dritte Frage in Hinblick, als Ergänzung zur zweiten Frage, was darfst du loslassen? Was darfst du loslassen? Welche Überzeugung über dich? Welchen Glaubenssatz über dich? Welches Gefühl? Welchen alten Vorwurf? Vielleicht an dich selbst oder an jemand anderen? Was darfst du loslassen? Was kannst du nicht mehr mitnehmen? Weil wenn du es mitnehmen würdest, würdest du die gleiche Erfahrung wieder erschaffen. Ja, also was kannst du nicht mehr mitnehmen an Überzeugung über dich, vielleicht nicht gut genug zu sein, nicht liebenswert genug zu sein, was bestimmt ist, nicht verdient zu haben, nicht liebenswert zu sein, wenn du dich auf eine bestimmte Art und Weise verhältst. Was kannst du nicht mehr mitnehmen, weil wenn du es mitnehmen würdest, würdest du damit das Gleiche in der Gegenwart und in der Zukunft wieder erschaffen. Was darfst du loslassen? Und wirklich ist es so für dich zu sehen, als ein Geschenk, was darfst du loslassen? Du bist jetzt hier gerade an einem extrem wichtigen Scheidepunkt in deinem Leben, wo du wählen darfst. Wo du wählen darfst, gehst du links oder gehst du rechts? Oder gehst du im Kreis? Welche Entscheidung triffst du? Und wenn du wählst, zum Beispiel links zu gehen, wirst du nur da lang gehen können, wenn du einen bestimmten Teil von deinem Rucksack abstellst und ihn nicht weiter mitnimmst. Weil wenn du mitnimmst, würdest du dich dieser Rucksack, dieser alte Kompass, wieder in den Kreis führen. Also was darfst du loslassen? Was darfst du gehen lassen? Was kommt nicht mehr mit? Was hat dich hierhin gebracht? Und du kannst ihm dankbar sein, dass es dich hierhin gebracht hat, weil du jetzt diesen wunderschönen Moment hast, dich selbst neu zu erkennen, dich selbst neu zu erfahren, gütig mit dir zu sein, milde mit dir zu sein, liebevoll mit dir zu sein, in die innere eigene Heilung zu gehen und zu sagen, Nein, ja, das war ich, aber das bin ich heute nicht mehr. Und ich erlaube mir, meiner Seele, meinem Geist, meinem Körper, meinem gesamten Sein, in eine Transformation zu gehen und von der Raupe in den Kokon. Und was wir jetzt gerade gemacht haben, wir waren die Raupe, Ergebnis, das willst du nicht mehr, die Raupe trifft die Entscheidung, ich gehe in den Kokon, dann gehst du in diesen Kokon, das ist eng und das ist ungemütlich und das ist dunkel. Was hat das mit dir zu tun? Das ist diese Frage, wo wir da drin sind und denken, unser Ego sagt, mag ich jetzt gerade gar nicht. Und dann kommt der Moment, wo die Raupe durch diese Transformation gegangen ist und all das losgelassen hat, was nicht mehr zu ihr gehört und sich den Kokon öffnet. Und in dem Moment, wo sich der Kokon öffnet, diese kleine, enge Öffnung und der sich da durchschiebt, der Schmetterling, das ist der Moment, wo er all das abstreift, all die alte Flüssigkeit, die an ihm klebt. Alles, was nicht mehr zu ihm gehört und auch das ist meistens ein bisschen unangenehm, können wir alle loslassen, ist schwierig manchmal, weil auch biochemisch so viel in unserem Körper, das ist die Arbeit von Dr. Joe Dispenza, super wertvoll. So viel in uns, unsere ganzen Synapsen in unserem Gehirn, unser biochemisches System ist natürlich eingespielt auf unser altes Selbst. Und das heißt, wenn wir ins Loslassen gehen, ist unser Körper erstmal so, ey, nee, was soll das? Ja, und dann ist es erstmal wie so dieses, ah, irgendwie, ich will in was Neues, aber ich weiß noch nicht genau, wie ich da hinkommen kann. Und das ist diese Öffnung, durch die wir durchgehen. Und damit zu bleiben und nicht in den Kokon zurückzugehen, weil du kannst eh nie wieder eine Raupe werden, wenn du einmal entschlossen hast, ein Schmetterling zu sein. Also dritte Frage ist, was kannst du loslassen? Welche Glaubenssätze, welche Überzeugung, welche Handlungen, welche Entscheidungen, die du getroffen hast, welche Menschen in deinem Leben? Was kannst du loslassen? Was ist es, Zeit loszulassen, damit du nicht mehr die gleichen Ergebnisse in deinem Leben erschaffst? So, und jetzt kommt der Shift. Jetzt kommt der Shift, der Schmetterling ist durch den Kokon und der hängt dann immer ja noch einen Moment an dem Kokon und lässt die Flügel trocknen. Wusstest du übrigens, dass Schmetterlinge ihre eigenen Flügel nicht sehen können? Wahnsinn, oder? Schmetterlinge wissen gar nicht, dass sie Flügel haben. Genauso wie wir selber manchmal auch vergessen, dass wir eigentlich Flügel haben. Aber wir können fliegen. Und wir müssen unsere Flügel dafür noch nicht mal sehen können. Und das ist jetzt die vierte Frage. Jetzt gehen wir nämlich von dem, oh Mann, shit, hinzu, oh Mann, geil. Und zwar die wunderschöne Frage ist, was möchtest du in deinem Leben? Was sind die Ergebnisse, die du in deinem Leben haben möchtest? Jetzt, wo du weißt, dass du ein Schmetterling bist, wo möchtest du hinfliegen? Was möchtest du erschaffen? Was sind die Ergebnisse, die du haben möchtest in deinem Leben? Möchtest du ein möglichst friedliches, erfülltes, glückliches, inspirierendes Leben? Und dann konkret zu gucken, was sieht das aus? In was für einer Beziehung bist du dann? Bist du dann überhaupt in einer Beziehung? In was für einem Beruf bist du? Bist du überhaupt in einem Beruf? Wie viel Geld verdienst du? Wie ist dein Körper? Wie fühlst du dich gesundheitlich? Worüber denkst du nach? Was möchtest du? Was möchtest du? Und mach dir hier bitte den Raum auf und die Tür auf, zu träumen und wirklich hinzugucken, dich ehrlich zu fragen, was willst du? Weil nur wenn du dir ehrlich die Fragen stellst, was du willst, kannst du es ja überhaupt erschaffen. Nur wenn du ehrlich sagst, und ich glaube auch stark daran, dass wir durchaus das Recht haben, im Leben zu sagen, das ist, was ich will. Das ist, was ich will. Und dann danach zu fragen, dafür loszugehen. Also was willst du? Welche Ergebnisse möchtest du in deinem Leben haben? Und dann nimm dir auch die Zeit, mach dir schöne Musik an, schreib dir alles auf, was sind die Ergebnisse, die du haben möchtest, von mir aus für jeden Lebensbereich. Was willst du? Und dann kommt die fünfte Frage und du erkennst jetzt schon wahrscheinlich so ein bisschen ein Muster, genauso wie die zweite Frage war, was hat das mit mir zu tun, ist jetzt auch die vierte Frage, was braucht es dafür für mir, von mir? Wenn du, für mir und von mir, wenn du dir vorstellst, das sind die Ergebnisse, die du in deinem Leben haben möchtest. Was braucht es dann von dir? Welche Entscheidung braucht es dann von dir? Welches inneres Wachstum braucht es dann von dir? Welche inneren Überzeugungen braucht es dann von dir? Welche Art und Weise, wie du mit dir selber redest, braucht es dann von dir? Was braucht es von dir, wo du vielleicht Grenzen setzt? Was braucht es von dir, wo du dir vielleicht Hilfe und Unterstützung holst? Was braucht es von dir? Es ist wie eine mathematische Ableitung. Du hast sozusagen f von x, das x ist das Ergebnis, das du gerne haben möchtest, ist gleich und was steht dahinter? Was braucht es von dir, damit diese Gleichung aufgeht? Weil es hat was mit dir zu tun, dein Leben hat etwas mit dir zu tun, mit den Entscheidungen, die du triffst, mit den Gedanken, die du denkst, mit den Gefühlen, die du fühlst und mit den Dingen, denen du Macht gibst. Also, für das, was du gerade aufgeschrieben hast, deine Ziele, die Ergebnisse, die du haben möchtest, was braucht es von dir? Was darf sich in dir verändern? Wer darfst du werden? Zu welchem Menschen darfst du werden? Und ich liebe es so sehr, auch über Ziele und Träume und Visionen zu sprechen, weil ich einfach merke, dass in dem Moment, wo du ein Ziel hast, in dem Moment, wo du einen Traum hast, in dem Moment, wo du diese innere Vision hast, wünscht sich genau das von dir auch dein Wachstum und dann wirst du Dinge anders machen, dürfen, sein und selber wachsen, damit das zu dir kommen kann. Und irgendwann matcht ihr euch, irgendwann wird es eins, weil du es anziehst, durch dein Sein, durch deine neuen Entscheidungen, durch deine neuen Gedanken, durch deine anderen Gefühle, durch vielleicht andere Menschen, mit denen du dich umgibst, durch andere Dinge, die du konsumierst, die du schaust, die du hörst, die du liest. Und was braucht es von dir? Und der sechste Schritt ist so ein bisschen der, ja, ich fand das so schön, als ich das selber für mich auch aufgeschrieben habe. Ich habe das hier drin. Die letzte Frage ist, wer bin ich, wenn diese Ergebnisse da sind? Und wozu ich dich einlade, ist, dass du dir wirklich dein Blatt nimmst und den Raum nimmst, dich reinzufühlen, dir vorstellst, diese Ergebnisse sind da. Du lebst jetzt dieses Leben. Wer bist du? Wer bist du, wenn du das lebst? Was ist in dir anders? Und ich habe hier eine ganze Seite dann einmal aufgeschrieben. Ja, ich schreibe ja immer auf Englisch, ich kann ein bisschen daraus vorlesen. Also wer bin ich, wenn diese Ergebnisse da sind in meinem Leben? Ichвойsefe, ich kann mich auf entsprechend tun, ich vertueçu in meinem Leben? Ich verbeicallyseze, ich mache mir mein Kannst Goldenberg. Ich habe dieses Leben in mir und meine Meinung gep九 Vö Candy. Ich liebe mich gegen mich mit meinen��. Und ich macroeache, meine Dinge. Ich funniestare die Dinge. Ich liebe mich überства, ich ma hyvä auf mich." Ich gibt niemand mehr, mich zuallahen, mit mirammerksam. Das Problem ist das Boundания. Ich habe da an proportion"! Ja, dann habe ich noch ganz viele andere Sachen aufgeschrieben, aber nur für dich, um einmal da so reinzufühlen in diese Energie und ich lese mir das jetzt immer wieder durch, auch nach meiner Meditation morgens, um mich mit dieser Version von mir zu verbinden, mit dieser Laura, die diese anderen Ergebnisse in ihrem Leben hat, weil die ist anders als die Laura, die jetzt gerade da ist. Die macht Dinge anders, die denkt anders über Dinge und ich darf jetzt Stück für Stück, Tag für Tag immer mehr in diese Laura hineinwachsen und zu dieser Laura werden. Und dafür ist es aber wichtig, einmal zu definieren, wie ist sie denn? Ja, was macht sie denn anders? Und mir das immer wieder durchzulesen und mich selber darin zu unterstützen, in diese Energie zu gehen. Also schreib dir da so dein eigenes Love-Manifest, ja, wirklich so, dass du dir selber aufschreibst, wer bist du, wenn du diese neuen Ergebnisse in deinem Leben hast? Zu welchen Menschen kannst du werden, darfst du werden, darfst du wachsen? Und dass du dir deine Power, deine Schöpferkraft, deine Gestaltungsfreiheit für dein Leben zurückholst. Dass du sagst, hier bin ich. Und ich war vor zwei Wochen in Hamburg und habe ein Interview mit Serena Williams gehört, die da war als Gast bei der Veranstaltung. Und diese Frau hat mich so inspiriert und ich fand es so fantastisch, in welchem Selbstvertrauen sie war, in welchem Glauben an sich selbst sie war und wie sie einfach sie selbst war. Und es war ihr vollkommen egal, was irgendjemand über sie denkt, weil sie wusste, wer sie ist und sie mit sich selbst verbunden war und an sich selbst glaubt. Und ich war so, ja, so dürfen wir als Frauen sein. Wir dürfen uns diesen Space nehmen, an uns zu glauben, an unseren Traum zu glauben, an unser Leben zu glauben, an unsere Träume zu glauben und uns erlauben, unsere Macht zurückzuholen und das zu erschaffen, was wir gerne erschaffen möchten. Und vor allen Dingen in unserer inneren Welt. Da diesen Frieden, das Mitgefühl, die Dankbarkeit und die Freude zu erschaffen. Weil dann kommt alles andere im Außen ganz von selbst. Also, ich lese dir die sechs Fragen nochmal kurz vor. Die erste Frage war, welche Ergebnisse möchte ich nicht mehr in meinem Leben? Die zweite ist, was hat das mit mir zu tun? Die dritte Frage ist, was darf ich loslassen? Die vierte Frage ist, welche Ergebnisse möchte ich in meinem Leben? Die fünfte Frage ist, was braucht es dafür von mir? Und die sechste Frage ist, wer bin ich, wenn diese Ergebnisse da sind? Ja, also ich bin zutiefst in Dankbarkeit. Ich bin in Frieden. Ich bin mit mir selbst verbunden. Ich glaube an mich selbst. Ich bin klar. Ich weiß, dass es okay ist, Grenzen zu setzen. Ich vertraue meiner Intuition. Ich bin powerful. Ich bin inspiriert. Ich nehme mir Raum für mich, für mein persönliches Wachstum. Dass du dir das alles einmal aufschreibst. Wer bist du? Wie du weißt, die beiden Worte, ich bin, sind die kraftvollsten Worte, die wir nutzen können, weil wir damit unsere Realität erzeugen. Mit unserem Ich-Bin, das ist der Vertrag, den wir mit dem Leben haben. Und darin erfüllen wir uns immer wieder. Also schreib dir ein powerfules Ich-Bin auf. Ich hoffe, dass dir die Folge gut getan hat, dass du ganz viel daraus für dich mitnehmen konntest, dass ich dich ein bisschen inspirieren konnte, wieder in deine Power zu kommen, in deine Kraft zu kommen und das zu verändern, was du gerne verändern möchtest. Love it, leave it or change it, baby. Und wie gesagt, es kommt bald eine Überraschung. Trag dich gerne auf die Warteliste ein für die Coaching-Ausbildung, wenn du erfahren möchtest, was die Überraschung ist. Und wie immer freue ich mich natürlich riesig, wenn wir uns auf Instagram sehen, at lauramarlinaseiler, wo ich dich immer ein bisschen mitnehme in mein Leben und wo du so, so gerne, wenn du möchtest, unter die Folge von heute in die Kommentare schreiben kannst. Was hast du für dich mitgenommen aus dieser Folge? Was war die Frage, die dir vielleicht das größte Insight gegeben hat? Oder generell, was ist das, was du gerne erschaffen möchtest in deinem Leben? Was sind die Ergebnisse, die du kreieren möchtest? Und ja, schreib es mir rein. Ich will es alles lesen. Ich freue mich, von euch zu hören. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, fühle dich von Herzen umarmt. Danke für dein Sein. Danke für alles, was du in die Welt bringst. Und glaube an dich, glaube an deinen Weg, vertraue dir, vertraue deiner Intuition und du weißt es, du kennst es. Rock on and namaste, deine Laura.